crash also für den grünen edelstein müsst ihr erstmal hier level road trip da rein und ihr müsst bis zum ende des levels kommen erstmal also hier das kippe ich hier erstmal ihr müsst wirklich ungefähr bis hierhin kommen wo hier die stelle hier aufhört mit dem traktor und dann müsst ihr hier gegen die mülltonne einmal wirbeln und dann kommt da so ein controller raus und fernbedienung fernsteuerung und da müsst ihr da die ganze auch gegen wirbeln und dann seht ihr da kommt auch schon der stein und dann müsst ihr natürlich das level beenden ist auch sehr wichtig sonst kriegt ihr den nicht